Ja, hallo, mein Name ist Giesa Steg und ich bin Stehauf-Mentorin, Business-Mentorin und vor allen Dingen bin ich auch eins, Autorin von verschiedenen Büchern und das letzte, Befreie dich mehr Mut zu mich und genau darum, guck mal, du siehst hier die Zettel drin, das ist nämlich noch von den Lesungen und demnächst gibt es auch wieder Lesungen. Und ich stehe für grenzgenialen Neinsagen und Grenzen setzen und natürlich aber auch das Thema narzisstische und toxische Beziehungen beenden und heute, heute möchte ich dir einfach aus meinem letzten Workshop ein paar Einblicke geben, die Ehes des Narzissmus und ich erzähle dir jetzt einfach mal, wie du einen Narzisstin oder eine Narzisstin im Business-Kontext, aber auch privat kennenlernen, wenn du den kennenlernst, wie du es erkennst, nämlich erkennen wie die Ehes, auch schon ein E. Und zwar als allererstes die Ehes des Narzissmus, das ist natürlich eins, die Egozentrik, ja, alles bezieht sich auf die Person selbst, egal was du erzählst oder über wen du etwas erzählst, die Person antwortet dir mit sofort, ja, ich habe, ich bin, ich werde, ich tue und, und, und. Diese Ich-Bezogenheit, ja, die fällt natürlich sehr, sehr stark auf. Wenn du erzählst, was weiß ich, du hast den kleinen Finger gebrochen, dann haben die gleich den ganzen Arm gebrochen gehabt, oder? Wenn du erzählst, du hast einen kleinen Schnupfen, dann haben die natürlich eine Lungenentzündung gehabt. Wenn du erzählst, was weiß ich, du warst irgendwo in einem kleinen Urlaub, du kannst gar nicht auserzählen, ja, wenn du wandern warst, dann waren die plötzlich, was weiß ich, welche Trails, ja, die haben immer höher, weiter, schneller. Und du kommst natürlich nicht zu Wort, richtig. Dann das weitere E, das zweite E, das ist die Erniedrigung. Das machen sie sehr, sehr gerne, indem sie dich immer wieder klein halten, um sich selbst groß zu fühlen oder besser zu fühlen. Ja, beispielsweise habe ich jetzt ein Beispiel von einer Frau, die bei mir eben halt im Mentoring war oder in einem Seminar, es ist ja egal. Ja, die erzählte mir, dass sie von ihrem Mann sozusagen auf das Sofa verwiesen wurde, weil sie es nicht wert ist, bei ihm im Ehebett zu schlafen. Sie musste quasi im Wohnzimmer mit dem Hund nächtigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eine extreme Art der Erniedrigung auf Höhe des Hundes. Das ist dein Platz, ja, und nicht bei mir auf Augenhöhe oder im Ehebett. So, dann auch das Thema Entmutigung. Das heißt, wenn du von deinen Projekten erzählst und sagst, na, Beispiel jetzt aus meinem eigenen Leben, ich habe dann mal einem Lebensgefährte erzählt, ja, stell dir vor und dann schreibe ich dieses Buch und dann kam, was, meinst du, die Welt braucht noch ein Buch und dann noch von dir? Wusch, du kannst dir vorstellen, wie tief das reingehauen hat, welche Kerbe das tatsächlich in mein Selbstbewusstseins-Dasein gebracht hat. Und genau solche Erniedrigungen kennst du dann bestimmt auch oder du erzählst, du möchtest dich selbstständig machen oder an einem Seminar. Ach, du, meinst du, das bringt bei dir noch was? Und solche Dinge, immer so kleine, erniedrigende Pfählspitzen, also entmutigende, gleichzeitig auch erniedrigend, natürlich. Dann auch, ich habe das mal als Empfindlichkeit, ein drittes E. Empfindlichkeit, ja, kennst du, kein bisschen Kritik und kein bisschen Kritikfähigkeit oder Möglichkeit. Ein Feedback anzubringen, denn dann wird es gleich ein Riesendrama und Streit bricht vom Zaun, weil du kannst alles kritisieren, aber Gott nicht. Ich sage immer so schön, Gott verzeiht ein Narzisst nie. Und, na, das kennst du auch, auch im Prinzip jede, jede, jede Form, jeder Hauch von Kritik, gleich dann schon einer quasi Majestätbeleidigung. Und, ähm, diese Empfindlichkeit zeigt sich aber auch, indem du mal nichts sagst, wenn du quasi kein Beifall klatscht und sagst, boah, das hast du toll gemacht, wow, hast du das toll gemacht. Ja, und in dem Moment ist es auch schon wieder eine Kränkung, eine narzisstische Kränkung, ne, weil, ähm, du hast ja auch schließlich eine Aufgabe. Du hast die Aufgabe, eine narzisstische Zufuhr zu geben und Beifall zu klatschen, ähm, im Gefolge. Dann, ähm, das Thema, das vierte E, das sind Erfolge. Das heißt, wenn irgendwelche Erfolge da sind, dann, ähm, vom Team, von der ganzen Mannschaft, wie auch immer, dann steht dir diejenige, die Person vorne und präsentiert die Erfolge, die eigenen Erfolge. Also, wenn es das Team gar nicht hintendran gäbe, als ob die Mannschaft es gar nicht geschafft hat, er oder sie hat den Erfolg. Umgekehrt, ne, die Erfolge, die eben Misserfolge sind, die werden dann genauso vorne präsentiert. Das hat jetzt nichts mit mir tun, das war das schlechte Team. Ich hätte ja es alles besser gemacht. Na, kennst du bestimmt auch. Das fünfte E ist Empathiemangel. Ja, genau. Das sagt man tatsächlich, also eine fehlende Empathiekompetenz oder eben Empathiemangel, sagt man den Narzissten nach. Ich behaupte, sie sind nicht komplett empathielos, ja, sondern sie haben immer noch ein gewisses Quäckchen an Empathie. Weil, so ist meine Hypothese, weil es ist nämlich tatsächlich so, gerade an der Anfangszeit, erinnerst du dich, ne, wenn du so ein bisschen schon mal drüber gelesen, gehört oder gesehen hast, diese Love-Bombing-Phase, dieses Hoovering-Phase dann zwischendrin, wenn es dann, ne. In diesen Phasen wissen die ganz genau, da hören sie nämlich zu, da sind sie aufmerksam. Sie möchten nämlich dann genau diese Informationen von dir sammeln, um dich im wahrsten Sinne des Wortes gefügig zu machen, dich quasi als Partner, Partnerin an Land zu ziehen, dass du denkst, wow, was ein toller Mensch, ich habe den Checkpoint geknackt. Wow, nee, der hat nur wirklich diese, was muss ich geben, dass ich dich fangen, einholen, cashen kann. Ich sage immer, das ist so, das habe ich auch in den Büchern so beschrieben, vor allen Dingen hier, in diesen narzisstisch-talkischen Beziehungen beenden. Da habe ich es so beschrieben, das ist das Schlüssel- und Schlossprinzip. Du bist das Schloss und er ist das Schlüssel und in dem Moment, in dem du immer wieder was preisgibst, öffnest du dein Schloss und er hat, ne, du kennst es ja vielleicht, wie ein Schlüssel gefeilt wird, ne, und dann, hey, der Stück für Stück mit seinen Fragen und seiner Aufmerksamkeit, hier mal die Blumen, hier mal eine Konzertkarte, ach, die Musik, die gefällt mir auch so sehr. Dann öffnestest du quasi, fällt er seinen Schlüssel, um bei dir andocken zu können, in dein Schloss einrasten zu können. So, und dann hat er dich in den Fängen und gibt dich auch nicht mehr so schnell frei. Dann der sechste Punkt nach der Empathie, mangelnden Empathie-Kompetenz, ist die Entwertung. Und da auch wieder im Prinzip dasselbe Spielchen wie bei der Erniedrigung, ne, so nach dem Motto, ähm, original, auch aus meiner ehemaligen Beziehung, ähm, na, Kleines. Und ich so, ähm, hör auf, mich Kleines zu nennen, ich möchte das nicht. Ach, wieso? Du kannst doch auch Großer zu mir sagen, ne? Ja, also brauchst du ja nichts mehr weiter, ne? Oder auch, ähm, auch schon erlebt, ans Auto gelaufen, ähm, sogar, sag ich mal, jugendliche Kinder, äh, im Alter, ne? Also die Eltern wollen ins Auto einsteigen oder die Erwachsenen. Und dann steht, äh, der Jugendliche dann vorne, äh, und, äh, glaubt, ja, die Lebensgefährtin, die hat nach hinten reinzusitzen, weil er ja auf dem Thron neben dem Vater, äh, äh, weilt, ja? Und sie hat auf dem quasi Kindersitz zu sitzen. Und, ähm, ja, und als dann das Paar dann den jungen Mann oder die junge Frau aufmerksam macht, dann kommen so Sätze wie, wie, ich muss nach hinten. Und dann weiß der auch, der Tag ist gelaufen, weil das ist natürlich eine Entthronung, und, ähm, ja, auch diese Entwertung der, der erwachsenen Person letzten Endes, ne? Die hat nach hinten zu gehen und nicht ich, ja? Also da weißt du ja auch Bescheid. Dann noch ein, ähm, siebtes E, das ist natürlich das Thema Erwartung. Kennst du das auch? Du kommst in ein, ein Restaurant mit jemandem und dann erwartet derjenige schon, den schönsten Tisch zu bekommen. Die bevorzugte Behandlung, ähm, oder bedient zu werden. Ja, das ist schon die Erwartung. Ähm, ein Leihwagen zu leihen, dann ist schon die Erwartung, ja, das kleinere Auto zu mieten, aber ein, ein kostenloses Upgrade zu bekommen. Und all diese Erwartungshaltungen, ne? Die machen natürlich auch was, ja? Weil wenn die dann ausbleiben, dann ist auch schon unter Umständen der Abend gelaufen, ja? Es ist schon die Laune am Sinken, weil man hat, also, verdient, ne? Also, die anderen bleiben, da bleibt wieder die narzisstische Zufuhr aus. Das achte eh, kennst du bestimmt auch, die Eifersucht. Die krankhafte Eifersucht auf alles und jeden. Denn, egal wie, ne, Neid ohne Ende. Der andere könnte was besser haben, der andere könnte ein besseres Business haben, ja? Der andere könnte eine schönere Frau haben. Die eigene Frau wird klein gehalten. Ja, da wird dann schon so Sätze gesagt, wenn dann die Tür am Restaurant aufgeht und die Frau nur mal kurz, ne, was ja ganz normal ist, den Blick zur Tür wendet und dann geht's los. Kennst du den? Hast du mit dem was, ne? Da traut sich die Frau schon gar nicht mehr zu atmen oder irgendwie vom Teller hoch zu blicken und irgendjemand ins Gesicht zu schauen, ja? Oder jemand zu grüßen. Und das sind nur kleine Beispiele, aber ich glaube, du kennst das, ne? Auch diese Eifersucht im Business-Kontext, ja? Der oder die könnte mit dem Chef besser als ich, ist doch mein Platz im Prinzip, gesehen zu werden, ne? Und in Projekten dann auch dieser Neid und diese Missgunst zwischendurch, ne? Also das sind nur ein paar, ich nenne, wie gesagt, ein paar E's. Also es waren jetzt acht E's, der ist Narzissmus, ganz eng zusammengefasst. Natürlich gibt es natürlich viel, viel mehr Facetten und wie du das im Prinzip erkennst, ne? Also so, die haben natürlich auch durch diese Erwartung oder diese Egozentrik rasten die sehr schnell auf. Sie zeigen auch sehr schnell ihren Unmut, wenn sie ihren Erwartungshaltungen nicht gerecht, also du ihren Erwartungshaltungen nicht gerecht wirst, mit Zornwut, Ausbrüchen. Ich sage dann immer, da wird, ne? Also sie haben ja so zwei Gesichter. Ja, da ist einmal dieses Nette, Schöne und dann wechselt das plötzlich in diese, Entschuldigung, wenn ich das so offen sage, Hassfresse. Ja? Boah. Da kommt dann dieses Boah, wo du denkst, was ist jetzt los? Das gibt's doch gar nicht. Gerade war noch alles so schön und friedlich und plötzlich, du hast einen Satz gesagt und dann fühlt sich die Person schon angegriffen. Du hast zum Beispiel nur gesagt, was weiß ich, das Teil ist dort oder dort und schon fühlt sich die Person belehrt. Dabei hast du nur einen Fakt ausgesprochen. Und ja, natürlich sind sie grandiose Selbstdarsteller. Durch diese Selbsterhöhung, durch diese Erhöhung ständig über andere sich hinweg, stellen sie sich natürlich auch immer dermaßen zur Show. Und ja, und dadurch kommen sie natürlich auch schneller in größere, sag ich mal, in hohere Machtpositionen, weil sie natürlich sich gut verkaufen in ihrem Blender-Tum. Ja, also, was soll ich sagen? Natürlich weißt du Bescheid, dass sie immer auch noch Aufmerksamkeit, Anerkennung und Applaus und Bewunderung wohnen. Aber das ist ja kein E. Wie könnte man denn das wieder, ne? Erherschen der Aufmerksamkeit, dann hätten wir noch ein E. So, jetzt mag ich dir noch einen Satz mit auf den Weg geben. Wenn du so jemandem begegnest und es macht was mit dir, es zieht dich runter, es, du zitterst oder wie auch immer, denk bitte an eins. Und das möchte ich dir jetzt hin damit sozusagen auf den Weg geben. Denk bitte an eins. Du verlierst niemals deine Stärke. Manchmal vergisst du einfach nur, dass du sie hast. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben für heute. Und natürlich findest du die Bücher Befreie dich mehr Mut zum Ich, Nein zu Energieräubern, toxischen Gewohnheiten und natürlich auch narzisstischen Menschen oder Beziehungen. Und ich habe das deshalb auch toxische Gewohnheiten genannt. Einfach aus dem Grund, weil es ist definitiv eine toxische Gewohnheit, sich selbst in einer Co-Abhängigkeit mit einem Narzissten zu befinden und da immer wieder diese Dauerschleife zu drehen. Ich mag dich einladen. Schau einfach hin. Wo kannst du Nein sagen? Wo kannst du Grenzen setzen? Wo kannst du dich schützen? Deinen Selbstwert aufbauen? Und ja, gerne kannst du diesen Kanal abonnieren, wenn du jemanden kennst, für den das Video interessant wäre. Bitte teile es von Herzen gerne. Wenn du Unterstützung, Coaching oder was brauchst, melde dich gerne bei mir. Die Bücher bekommst du alle, in jeder Buchhandlung deines Vertrauens und natürlich auch bei mir. Schreib mich gerne an. Und ich mache alles unten unter dieses Video drunter. Ja, ich möchte dich auch noch einladen, wenn du sagst, boah, ich brauche da jetzt mal echt so ein Selbstwert-Booster oder Training. Ich mache ab September wieder, also 31. August beginnen wir, weil das ist Vollmond-Energie für die Transformation. Und Portal-Tag. Mega, mega transformierende Energie. Und da beginne ich dieses Programm für acht Wochen. Ich begleite dich acht Wochen. Befreie dich. Mehr Mut zum Ich. Wir schauen hin. Was hält dich in dieser toxischen Beziehung? Was brauchst du, um da rauszukommen? Wie kann ich dich unterstützen, in deine Kraft und Stärke zu kommen? Denn, wie gesagt, du verlierst niemals ganz deine Stärke. Du vergisst nur, dass du sie hast. In diesem Sinne, abonniere meinen Kanal, teile es und ich war Gisa Steg und freue mich auf mehr mit dir. Danke dir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.